Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du den ByteAway eigentlich richtig gegen z.B. Mücken oder Bienenstiche anwenden kannst, damit diese einfach nicht mehr so jucken und vor allem auch nicht anschwellen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir zwei volle Batterien in unserem ByteAway einlegen. Hierfür hier hinten diesen weißen Taster einmal etwas eindrücken und dann können wir nämlich den Deckel hier hinten auch schon einfach runterziehen. Wichtig ist jetzt, dass wir die Batterien mit dem Minuspol voran, also ohne diesen kleinen Knüppel hier, nach vorne hin eingeben. Nummer 1, Nummer 2 und dann können wir nämlich auch schon unseren Deckel wieder hier hinten einfach drauf schieben. Danach schauen wir uns das Gerät aber einmal etwas genauer an. Hier vorne haben wir eine kleine Keramikfläche und diese wird durch Betätigung von diesem ByteAway-Stift auf ca. 51 Grad erhitzt. Und diese Kontaktfläche hier muss auf den entsprechenden Insektenstich draufgelegt werden. Auf der Vorderseite hier können wir dann noch zwei verschiedene Intensitätseinstellungen einstellen. Zum einen hier auf der linken Seite, wo die Keramikfläche hier vorne ca. 3 Sekunden lang erhitzt wird. Diese ist einfach für die erste Anwendung und für etwas empfindliche Personen gedacht. Und hier auf der rechten Seite die stärkere Variante, welche 6 Sekunden lang die Platte erhitzt und für eine Normalanwendung am besten verwendet werden sollte. Ich habe hier jetzt zum Beispiel einen kleinen relativ frischen Mückenstich noch und deswegen setze ich ja mal die Keramikplatte auch hier auf. Drücke jetzt auf die rechte Anwendung, also etwas stärkere, das Gerät piepst. Es wird schon sehr heiß, es tut natürlich auch etwas weh, doch das ist es auf jeden Fall wert. Kurz die 6 Sekunden abwarten. Und wenn das Licht hier wieder ausgeht, dann schaltet sich das Gerät auch wieder automatisch ab und wir können den Stift abnehmen. Ich kann den Stift hier jetzt übrigens auch öfters an einer Stelle anwenden. Wichtig ist nur, man sollte ungefähr 10 Sekunden lang Pause dazwischen einhalten. Das ist einfach vom Hersteller so vorgeschrieben. Durch die Anwendung von diesem Stift wird der Juckerts von meinem Körper hier automatisch gelindert. Wichtig ist auch noch zu sagen, am effizientesten funktioniert das Ganze, wenn der Stich so frisch wie möglich ist. Also am besten, wenn man gestochen wird, sollte man das Gerät sofort anwenden. Doch es funktioniert bei älteren Stichen auch noch. Hier kann es natürlich sein, dass man dann diesen etwas öfters anwenden müsste. Auch noch der Hinweis, dass der Stift nicht auf irgendwelcher verletzter oder entzündeter Haut angewendet werden darf. Also es hilft nichts, wenn ich gestochen werde, den Mückenstich wie typischerweise aufgratze und dann das Gerät verwendet. Denn das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und somit haben wir den By-the-Way-Stift auch schon richtig auf einen Mücken- bzw. Insektenstich angewendet. Wenn du dir jetzt übrigens für zu Hause einen neuen By-the-Way-Stift, Ersatzbatterien oder auch so eine spezielle Hülle hierfür diesen zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020